Die Promi-News des Tages im Gala Ticker Melanie Müller freut sich über Familienzuwachs Plus 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 Kader Lot hat konkrete Familienpläne Plus 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 Georgina Fleur wehrt sich gegen Schwangerschaftsgerüchte Die Promi-News des Tages im Gala Ticker 30. April 2022 Melanie Müller freut sich über Familienzuwachs Die Familie von Melanie Müller wird größer Immer öfter postet die Reality-TV-Teilnehmerin Fotos mit ihrem neuen Freund Andreas und den zwei Kindern, die sie mit ihrem Ex Mike Blümer, 55, hat Jetzt hat Melanie auch noch tierischen Zuwachs bekommen Auf Instagram postete sie ein Foto, auf dem sie ganz vernaht mit einem Hund rumtollt Nach einem tollen Shooting, habe ich diesen schönen Hund kennengelernt und gleich ins Herz geschlossen Willkommen in der Familie Zick, schreibt die 33-Jährige zu dem Schnappschuss In ihrer Story verrät sie außerdem, dass der neue Familienhund Max heißt und gerade mal sieben Monate alt ist Kein Wunder, dass er in den Videos noch ziemlich wild wirkt und mit allem spielt, was ihm begegnet Bei uns sollte es ein entspanntes Wochenende werden, aber wir haben einen Neuzugang bekommen, der hier gerade das komplette Kinderspielzeug auseinander nimmt, erzählt Melanie und muss immer wieder lachen, weil ihr Max gerade um sie herumwirbelt und mit einem Aufblasspielzeug kämpft Ob Melanies Kinder Mia Rose und Matti damit einverstanden sind? Angesichts des neuen Spielgefährten werden sie Max das aber sicher verzeihen 29. April 2022 Kader Loth spricht über Adoptionspläne Lange versuchten Kader Loth, 49, und ihr Mann Ismet Adli vergeblich, Nachwuchs zu bekommen Kader erkrankte an Endometriose, bei der Verwachsungen an der Gebärmutterschleimhaut eine Schwangerschaft erschweren Auch eine künstliche Befruchtung blieb erfolglos Schließlich entschied sich die Big Brother Teilnehmerin dazu, sich aus gesundheitlichen Gründen die Gebärmutter entfernen zu lassen Doch ihren Traum von einer eigenen Familie hat die Reality TV Teilnehmerin noch nicht aufgegeben Nun will der TV Star auf anderem Wege Mutter werden